Bala Gunahai Asana ist eine Stellung, die erwähnt ist im Navadna 84 Siddhas, ein gedruckter Text, vermutlich aus dem 19. Jahrhundert, kommentiert und erwähnt in der Enzyklopädie of Traditional Asanas. Garota sagt in diesem Text, dass die Technik wie folgt geht, gib beide Füße unter das Gesäß und gib die Knie auseinander. Dann gib die rechte Hand auf den Nabel und die linke Hand auf den Mund. Diese Stellung kann helfen, die beiden Grundenergien zu harmonisieren. Im Bauch ist die Sonnenenergie, die entspricht der rechten Hand. Und im Kopf ist die Mondenergie, die entspricht der linken Hand. Indem du die rechte Hand an den Bauch gibst, an die linke Hand, an den Mund, kannst du die Sonnen- und die Mondenergie in dir stärken. Und im Kopf ist die Rühmste. Vielen Dank.